Ich bin Andreas und ich darf euch heute die neue Gestaltungssoftware von CW vorstellen, die Version 7. Welche Neuheiten erwarten dich im Programm, mit welchen Funktionen kannst du einfacher gestalten und arbeiten und welche neuen Produkte sind bestellbar? Alles das erfährst du hier in diesem Film. Starten wollen wir mit der neuen Ansicht im Programm. Der Einstieg in die Gestaltung wird nun durch die Wahl einer Gestaltungsvorlage deutlich vereinfacht. Hier stehen jetzt verschiedene Themen zur Auswahl. Für die kreativen Gestalter das Buch mit leeren Seiten. Damit kannst du sofort beginnen. Benötigst du Vorlagen, verwende die Seiten mit Fotoplatzhaltern zum Befüllen und natürlich auch zum Umgestalten. Für Einsteiger oder für schnelle Gestalter gibt es Buchvorlagen oder Stile. So findet jeder seinen ganz persönlichen Gestaltungsweg. Die neue Ansicht im Arbeitsbereich. Alles sieht jetzt deutlich aufgeräumter aus. Werkzeuge zum Öffnen der Auswahlbereiche liegen nun übersichtlich links am Rand. Bearbeitungswerkzeuge findest du rechts im direkten Zugriff. Die werden automatisch zum jeweiligen Arbeitsschritt angezeigt. Zum Beispiel Bearbeiten. Hier findest du alle Funktionen zum Bearbeiten deiner Fotos. In der Ansicht Anordnen liegen Werkzeuge zum einfachen Ausrichten der Inhalte und zum Ändern und Speichern des Seitenlayers. Im Bereich Dekorieren findest du alle Funktionen für Rahmen, Schatten, Transparenzen. Damit ist die Seitengestaltung noch einfacher. Die Einfügewerkzeuge. Zum Einfügen von Fotos, Texten oder Landkarten verwendest du die Werkzeuge oben. Gleichzeitig werden rechts die passenden Funktionen angezeigt. Zum Beispiel Text einfügen. Einmal Klick auf das Werkzeug und mit dem zweiten Klick auf die Seite wird der Textplatzhalter sichtbar und die Werkzeuge ebenfalls. Füge ein Foto ein und du siehst die Fotobearbeitungswerkzeuge rechts. Alles super einfach. Die Werkzeugleiste. Auch diese ist deutlich aufgeräumter. So sind die Funktionen schnell zu finden. Ob das Speichern, das Einfügen, Kopieren oder Löschen von Inhalten oder auch das Rückgängigmachen von Arbeitsschritten. Ja, das war sie, die neue Ansicht unserer Gestaltungssoftware. Ich finde sie super aufgeräumt und ich glaube, es wird die Gestaltung deutlich vereinfachen. Jetzt stelle ich dir die neuen Funktionen im Programm vor. Neue Funktionen. Die Gestaltungsvorlage mit leeren Seiten ist für unsere kreativen Gestalter eine wirkliche Hilfe. Es fällt das Löschen von Platzhaltern oder störenden Layouts weg. Mit den neuen Layout-Sonderfunktionen rechts unten kannst du einen Seitenlayout spiegeln und es auf eine andere Seite legen und spiegeln oder es natürlich auch speichern. Willst du Fotos auf die gleiche Größe anpassen, markiere sie zuerst. Danach Rechtsklick auf das Foto. Über Objekte ausrichten und angleichen kannst du jetzt die Größe, die Breite oder die Höhe angleichen. Referenz ist immer das zuerst angeklickte Objekt. Objektgrößen lassen sich jetzt auch direkt einstellen. Rechte Bildschirmansicht, Objektgrößen ändern. Farbränder an Fotos. Fotos lassen sich so sehr schnell rahmen. Nun kannst du diese Farbränder auch mit Abstand nach innen oder mit Abstand nach außen anlegen. Die CW Fotoschau ist jetzt mit einer Suchfunktion ausgestattet. Du kannst nach Personen suchen. So findest du schnell Inhalte, die du für die Gestaltung benötigst. Der Upload von Ordnern mit angelegten Unterordnern zu CW My Fotos ist jetzt auch möglich. So kannst du deine Daten dort noch einfacher speichern. Ja, das waren unsere neuen Funktionen im Programm. Ich hoffe, dass die Gestaltung dadurch für dich noch einfacher wird. Welche neuen Produkte bestellbar sind, das erfährst du jetzt. Du findest in fast allen Produktkategorien neue Produkte. Fangen wir mit den CW Fotobüchern an. Hier kannst du ab sofort eine neue vierte Veredelung wählen, nämlich Roségold. Hervorragend für Jubiläen und Hochzeiten geeignet. Bei den Buchformaten XL und XXL kannst du jetzt edles Leder oder edles Leinen bestellen, die gleich veredelt sind und in einer besonderen Verpackung zu dir geliefert werden. Bei den CW-Kalendern ist eine zusätzliche Geschenkverpackung bestellbar und für die Weihnachtszeit wartet der neue Kalender gefüllt mit Ü-Eiern auf seine Bestellung. Bei den CW-Wandbildern wird das Sortiment ebenfalls erweitert. Hier sind jetzt Kunststoffrahmen bestellbar. Dein Foto wird also gleich gerahmt geliefert. Ein weiteres Highlight sind die matten Digitalfotos. Du kannst also ab sofort wieder zwischen matten und glänzenden Fotos wählen. Sehr, sehr cool. Oder verschenke doch mal die neue Bilderbox für deine Digitalfotos. Ein Ort, ein Preis, das schönste Foto außen im Rahmen gleich dabei. Ein mega Geschenk. Die Premium Fotos sind natürlich jetzt auch im praktischen Paketpreis bestellbar. Also je mehr Fotos, desto günstiger. Hier kannst du also richtig sparen. Und zum Schluss die neuen Fotogeschenke. Fotomagnete in Herzform oder eckig im Zehnerset mit Geschenkverpackung. Der trendige Emaliebecher mit deinem Foto. Alles zum Verschenken oder zum Selbstbehalten. Besonders beliebt sind natürlich Kissen mit dem eigenen Foto. Das neue Premium Kissen in zwei Größen ohne Füllung oder das neue Herzkissen mit Füllung. Ja, und zum Schluss die neue Stofftragetasche. Shoppen mit dem eigenen Foto auf der Tasche. Und das alles immer dabei. Ja, das sind Sie alle Neuheiten unserer Gestaltungssoftware 7. Ich wünsche euch jetzt für das Gestalten viel Spaß. Schreibt gerne mal in den Kommentaren eure Erfahrungen mit dem Programm. Natürlich gibt es weitere Tipps zur CW Fotobuchgestaltung in den nächsten Videos. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Andreas. Tschüss, bis zum nächsten Mal.